Ja, nochmal ein herzlich willkommen hier im Beugas-Delpin-Stadion. Ich muss noch die Schiedsrichter nachreichen. Das heutige Spiel steht in der Leitung von Enrico Schulz, Roland Schwemm und Oliver Hoppe. Und liebe Fans, dann möchte ich euch noch Neuzugänge beim FC Rot-Weiß-Wolvers vorstellen. Das ist zum einen Ulf Geschwendner, der kommt vom HFC Greiswald, ist 25 Jahre und hat sich uns angeschlossen. Aus unserem eigenen Nachwuchs kommt Marcel Tessendorf, Luca Degenkolbel und Veit Röse, der heute auch im Kader steht. Zusätzlich haben wir dann noch Philipp Gronwald, er ist 22 Jahre, hat in Zinnowitz-Fußball gespielt. Und Paul Thälke, er ist 18 Jahre alt und hat seinen Lebensmittelpunkt hier in Wolgast. Und Paul Thälke, er ist 18 Jahre alt und hat in Zinnowitz-Fußball gespielt. Jetztpox wurde eine große Herausforderung. Und in Zinnowitz-Fußball gespielt, wird ein wenig Platz und er hat in Zinnowitz-Fußball закончiert. Und sieht wohl, dass wirExplden zum замenken. Es sch inklipp-軸 wüspa, cleveren Intempest blelen. clipermet und klicken 30 Jahre alt und u freely Jaglo gering. Und Newton vielleicht weder dieser immerιen Bewusstsein biudding. Heute warst du da. Der hat sich einen Preis verreudenken und für Sie zerstören aus dem Konflikten. Drei Koffer. Er hat mich verreuden. Jeder hat sich um zu Hause. Den hat sich vorkommen. Ich distinguish auch den Kopf schützt. Ich muss nur gucken. Darf ich mich unternehmen. Ego." Hallo, ich bin ein paar geräusd. Da kann man nicht warten." Lass nicht. Lass nicht mal, dann kann ich nicht. Er ist nicht in die Blocher. Noch nicht. Applaus Haube! Bist du heute schon wieder getrunken? Ja, das stimmt. Wenn er nicht mehr da ist, kann er auch spielen. Wenn du jetzt mal wieder getrunken, dann kannst du es gerne. Ja, das stimmt. 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 Ah, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das war's für heute. Wir sind in den letzten Jahren in den letzten Jahren in den letzten Jahren. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Spiele. Ähm, ähm, John. Doppel, Doppelpass, der Mann! Ja! 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 Na, polier. Ja! Ui ja! L Protest und Banne! Ja! Ui ja. Lotto! Kunne? Ja, da warst du! 1, 2, 3, 4. Los? Wait. Was? Oh. Was? Was? Wir haben nichts zu tun, ja. 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 Ich weiß nicht, ich bin ein Trin-Effektor. Ja, ich habe da nichts mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Ja! Tor! 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 Glückwunsch! Nein, nein, nein! Wachen wir, wachen wir! Oh! Oh! Das ist eine Frau, jetzt zu tätowieren und dann muss ich auferme an die Tätel leergegangen als bei den Freunden! Hinsetzen! ... ... ... ... .... Die Blödsinnung ist in der Nähe, die Blödsinnung ist in der Nähe. Der kann nicht mehr, wechseln ihn aus! Der hat schon gelb, runter! Und der ist drin! Der hat schon gelb, runter! Der hat schon gelb, runter! Das ist eine Rüste. Ecke! Ecke! Ja, ich muss eigentlich... Du bist ja dunkelnd. Ja, das ist schon ganz lang. 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 Ja, das ist schon lang. Ja, das ist schon lang. So, in der 87. Spiel bin wir heute in den Rest aus Richtenberg erneut gewechselt. Aus dem Spiel ist Georg Peters und Leon Götz. Neu im Spiel ist mit der 24 Marten Bergmann und mit der 27 Kabiru Babu. Und auch der FC Rundweiß-Wallhaus hat gewechselt. Wir bedanken uns bei Lukas Schoenberger für seine Leistung. Neu im Spiel ist mit der Nummer 5 Benjamim Bergering. Der steht außerhalb. Der steht außerhalb. Schiedsrichter. Der steht außerhalb. Schattel. 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 Schattel.